Nordkorea hat Tests von sanktionierten Flugkörpern bestätigt. Ein verbesserter Langstreckenmarsch-Flugkörper sei gestartet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Auch ein Gefechtskopf für ein Lenkflugkörper sei getestet worden. Anlass sei der Besuch von Staatschef Kim Jong-un bei einer Rüstungsfabrik gewesen, die ein wichtiges Waffensystem herstelle. Kim hat demnach die Fabrik unter anderem für ihre Rolle bei der Modernisierung der Streitkräfte gelobt. Das südkoreanische Militär hatte am Donnerstag den Start von unbekannten Projektilen gemeldet. Es habe sich vermutlich um zwei ballistische Raketen gehandelt. Nordkorea sind Tests von Raketen und Atomwaffen nach einer UN-Resolution untersagt.